Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, aber im letzten Mal waren wir in dem Ding, in dem Tempel nochmal drinnen. Und ich habe jetzt nur einen kurzen Cut gemacht. Für euch ist es halt zwei Tage später. Ich nehme jetzt so wieder ein bisschen auf für vielleicht für eine Woche oder so. Dass ich jetzt mal so ein bisschen frisch bleibe mit den Folgen. Hier haben wir das. Okay, dann... Haha. Geht's knackig hier weiter? Ah, noch so. Knackig hier weiter. Äh, rote Bananen. Okay. Gelbe Münzen. Lila Bananen. Weiter geht's. Ah, da haben wir Nummer zwei. Okay, da kommen wir hier schon mal vom Tempel nach hier vorne hin. Ah, da haben wir vier und drei aktiv. Ich würde erstmal ein bisschen gucken, ob ich noch irgendwas finden möchte. Ah, nicht. Ah nein, das wollte ich doch nicht. Weil ich mich auf lila Sachen treffen, was ich noch aktivieren kann oder so. Okay, haben wir nichts. Okay, haben wir lila Bananen, die können wir reinspringen. Fein. Und wo können wir denn da rein? Anscheinend in dieses Mini-Loch, aber... Es hat noch damit was zu tun. Kann ich... Wintel einfach sagen. Ne, das kann ich nicht machen. Okay. Ah, wartet mal. Ich hab was. Ich hab was. Ich hab was. Didi, konnte das Didi nicht? Ich bin jetzt überfragt, wie das nochmal funktionierte. Fragen über Fragen, Fragen, wie viele Fragen können. Ah, hier können wir unsere Dinge abgeben. Komm her, du gebiss. Äh, ich hab was. Können wir die holen? Ich geh mir mit Tiny rein, dann haben wir das schon mal... Hatte ich noch ein neues? Ne. Tschüss. Die hat mehr. In dem... Ah. Dieses Ding, du. Okay, Donkey Kong und die, die sind auf jeden Fall, hier ist man bevorzugt. Das machen wir gleich mit den Jungs. Nein. Da ist Nummer 5 und das ist hier rechts. Ah, hier die Fresse. Okay. Hier haben wir noch was Unbesiegbares. Da muss ich mal gucken, was wir sonst alles haben, was man machen kann, oder? Da ist auch was, okay. Ach, hier hatten wir das mit Tiny bekommen, okay. Ich bin ja jetzt überall... Ich bin jetzt ins erste Level, hab ich mir jetzt alles geholt, aber das macht ihr, glaube ich, nichts. Aha, lila Bananen führen uns dahin zum Tempel. Böse Sachen. Oh, haben wir doch mal nirgends was? Okay. Okay, okay, okay. Okay, komm mal hoch. Wird jetzt natürlich gleich interessieren, ob wir da irgendwas finden, was ist das denn hier? Ah, okay, das lädt unsere... Dinge auf. Was haben wir da unten an die Fresse? Ich bin ja noch ein paar Zicke. Tut mir leid. Ah, hier haben wir auch noch was. Uh, uh. Gibt's ein Twicky. Aber noch ein paar von den... Lile Bananen. Lile Bananen, Lile Bananen. Jetzt kommt man nirgends für drauf. mein gott das tut nur ein bisschen weh gleich warum müssen die eigentlich so dahinter sein ich meine ist das denn kfw sagt da waren wir beieinander ob es etwas rotes auch man hat glück gehabt wir drehen einmal ich will nicht so dacke schön ich komme dann am schlauesten immer dahin auch ein bisschen blöd naja da war auch nicht oben bagen danke die nächsten banan da findet sich irgendwas schon nur noch eine eine volle milone da haben wir noch ein tempel da kommen klar eingehen okay ist nichts ich hin nun mal ist hier nun mal hier ist das donkey okay da haben wir das ich gesicht gesehen da ist noch was können wir noch mal musik aufladen super aber keine leben donkey kong nummer 4 und 3 ja gut wie die noch weitergehen weiß ich natürlich nicht mal drüber laufen pfeil zu sind die aktiviert haben und da würde ich sagen wir nehmen die die ach warum springe ich hier rein weil sie selber bestimmt nicht die dienen ja die ist okay man ist die die dann können wir mit dir die einmal ist genau das war glaube ich auch dann nämlich dass sie mich damit machen konnten das heißt haben das im anfangs level auch sowas jetzt kommt wieder seine super technik hier normalerweise was neues 16 bananen reife leistung auf jeden fall blu-point ja gut das passt das geht ja oben weit dann haben wir noch die anderen die dann dazu noch kommen jetzt kann das klar bis darum feiern aber das geht auch so kaputt hier oben haben wir keine bananen eine zitterkiste ich habe auf jeden fall wenn wir haben wollen volles leben ok unsere bananen für die fresser kammer bestimmt auf jeden fall voll für den endgegner was kommt denn dann für den endgegner das wird spannend und mit wem auf jeden fall auch die frage vielleicht mit die die das ist denn jetzt pro level mal so abwechselnd geht so und ich muss mich jetzt hier 1 2 3 4 damals ist das denn ok es geht immer weiter ah banana wir haben eine banane aber die frage ist ob wir da irgendwie reinkommen müssen das war nicht okay komische sache weil sie ist ja klein hier gewesen es würde mich halt wie gesagt interessieren ob ich da irgendwie vielleicht haben wir noch ein chip weg oder so das da und was hat man noch was hatten wir noch mit die 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 nach an dem tempel an dem tempel stimmt ja der wo war der wo war da ist er was haben wir hier noch hier haben wir noch was zum da da oben ok da können wir durchfliegen und und 1 2 3 ok auf jeden fall irgendwas hier für die die noch so wir haben hier rum und eben die waren die die banane ja sie waren hier sie waren hier aber sonst war hier gar nichts ich hatte jetzt nichts gefunden was darauf hinschließen würde wir können eine musik aufladen sonst keine weiteren sachen ich will nicht sterben ich will nicht sterben man die dinge irgendwie aufgericht und dann nehmen wir es freischießen muss ha 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 salat i don't know i don't know so einmal wieder rumgehen und dann gucken wir mal wo wir noch hier was finden können das ist für donkey gong ja das interessiert uns ja nicht gut hätte man machen können muss man aber nicht da haben wir noch ein paar bananen aha ich sehe was zack jetzt haben wir uns erstmal die banane darum ich komme banane ah oh ne aua okay jetzt haben wir das und das da oben hat man gesehen hat sich freigeschaltet jetzt kommen wir jetzt hier wieder durch hoffentlich gibt es hier eine plattform hoffentlich auch nicht stützen wir kriegen wir kein dass wir da schneller hin können wir können aber anscheinend über die mitte hoffentlich eigentlich habe ich ein kleines problemchen dass wir hier vielleicht über dieses ding kommen oder ne scheint auch nicht zu sein wir müssen da einmal rumlaufen einmal tut die komplett hier rumlaufen das da drüben komm her mein freund jetzt haben wir noch da oben die bananen drin dann nicht mehr zu holen werde noch und dann haben wir das glaube ich erstmal hier mit mit die die alles dann machen wir schnell noch tiny fertig und im ganz guten schluss machen wir dann springen einmal das andere noch und durch kleiner max und noch mal durch hier ich weiß es nicht ob wir da hinten was finden schnell zu schnallt da haben wir noch was bam hier natürlich ganz vorsichtig die kristalle einsammeln ok haben wir auch und heppala was kommt denn jetzt frei ach du scheiße ich will ja nicht behaupten aber ich glaube was auf das hinausläuft aber das werden wir in der nächsten folge erwarten ich werde jetzt hier nämlich noch ein bisschen einsammeln alles und dann sehen wir uns das drehende ding an da vorne was sie da schön dreht und ich würde sagen ich mache einen kurzen cut hier und wir sehen uns in der nächsten folge und ich würde sagen euer Flashdrappi und tschüss dann sehen wir uns in der nächsten kurz ich werde das schnall schnall ich werde das schnall Untertitelung des ZDF, 2020